hallo du möchtest gerne wissen woran du einen toxischen menschen erkennst ganz sichere merkmale für dich finden von denen du wirklich sagen kannst wenn davon eine gewisse anzahl zutrifft dann hast du es mit einem toxischen menschen zu tun dann habe ich heute genau das richtige für dich ich werde dir heute elf merkmale eines toxischen menschen vorstellen wenn davon mindestens fünf zeichen zu treffen hast du es mit einem toxischen menschen zu tun gleich näheres nach dem intro hallo mein name ist nicole susan ranke und ich bin live coach seit 1989 unterstütze ich menschen auf ihrem lebensweg ich habe mich sehr intensiv mit psychologie tiefenpsychologie und dem verhalten von menschen beschäftigt und natürlich taucht das thema partner vor allen dingen toxische partner immer wieder auf ich habe mehrere partnerschaften schon auch in mediation begleitet da kommt es natürlich immer wieder mal vor dass das thema nach einem toxischen partner dass das thema eines toxischen partners auftaucht weil diese ja doch recht verbreitet sind jetzt ist natürlich nicht jeder der ein oder zwei oder drei anzeichen hat tatsächlich toxisch es kann sein dass dieser mensch einfach in dieser lebensphase gerade einfach etwas anders ist als sonst vielleicht etwas egoistischer oder egozentrischer deswegen ist er noch lange nicht richtig toxisch solltest du aber von diesen merkmalen elf stück sind es gleich wenn du davon fünf als zutreffend empfindest für die personen die du im verdacht hast dass sie toxisch toxisch sein könnte dann wird das wahrscheinlich auch so sein und dann würde ich dir raten abstand zu nehmen kommen wir zu punkt 1 punkt 1 ist dass sie tief in ihrem innern total unsicher sind sie sind eigentlich zutiefst unsichere persönlichkeiten das scheint ja nicht so zu sein wenn du sie kennenlernen sind sie ja eher wie ein v und machen einen riesen aufstand um gesehen zu werden und anerkennung zu bekommen meistens sind es eben auch schöne menschen nicht immer aber doch sehr häufig weil sie viel dafür tun um gut auszusehen und aufzufallen und dadurch auch vorteile zu bekommen aber das tun sie weil sie in ihrem inneren zutiefst das gefühl haben dass sie eigentlich so klein sind ein nichts das ist in ihrer kindheit entstanden sie sind halt nur für leistung oder nur für aufmerksamkeit mit zuwendung belohnt worden und das hat sich im gehirn abgeschrieben zudem ist es eben meistens genetisch eine veranlagung die dann in der kindheit durch entsprechende verhaltensweisen der eltern dann dazu führen dass die sich eben auch im gehirn verfestigen das habe ich ja schon mal auch in einem anderen video etwas breiter ausgeführt nun kommen wir noch mal zu dem ersten punkt zurück die unsicherheit das ist jetzt nicht die unsicherheit die du vielleicht von dir selbst oder von anderen kennst eine grundsätzliche unsicherheit in bezug auf sich selbst wie man so ankommt oder ob man denn in ordnung ist die ist völlig normal die hat jeder mensch die ist sogar gesund na also das problem ist in der regel wenn der mensch versucht das mit aller macht zu kompensieren um dass die anderen das nicht merken und er auf jeden fall als stark und kräftig dasteht und das ist nämlich der punkt der damit einher geht sie können einfach mit mit schwäche nicht umgehen weder bei dir noch bei sich selbst also wenn jemand eben sehr sehr schwach ist das rührt ihr schamgefühl zutiefst an und sie übergehen es sofort mit einem extremen verhalten und deswegen sind sie auch so wahnsinnig schnell gekränkt wenn du sie kritisierst und das ist auch schon punkt zwei das heißt also ein gesunder mensch dem kannst du auch mal sagen wir machen das vielleicht ein bisschen anders oder schau mal dass das kommt bei mir so und so an wie du dich versuch dich mal in meine lage zu versetzen wie du dich fühlen würdest da kommen wir auch noch gleich zu das ist nämlich auch eine schwäche das kann der toxische mensch nicht kann sich nicht in deine lage versetzen aber er kann eben auch gar keine kritik vertragen am anfang tut er vielleicht so als hat er das irgendwie nicht gehört wenn deine kritik aber deutlicher wird und du willst da vielleicht auch feedback zu dann wird der toxische mensch auch sehr sehr schnell verletzend der kann nicht für sich sagen okay ich habe da ein problem und wenn er das doch tut dann macht er das weil er sich davon vorteile verspricht zum beispiel wenn er bei dir schon eigentlich einige negativ punkte hat also viele minus punkte gesammelt hat durch sein verhalten dann versucht er sich vielleicht bei dir wieder so ein bisschen beliebt zu machen weil er merkt da kann ich mit ihr oder ihm vielleicht jetzt wieder so ein bisschen näher rücken und kann mich wieder so ein bisschen ins bessere licht rücken wenn ich jetzt sage ich habe einen fehler aber schon kurze zeit später wirst du merken dass er da eher wieder darüber hinweg geht und so tut als wenn er das nie gesagt hat oder auch nicht hat also kritik ist wirklich ein problem für ihn und für diesen menschen ihn oder sie ich bleibe mal in der männlichen form du solltest aber wissen dass ich immer beide meine es kann männlich wie weiblich treffen auch wenn statistisch gesehen mehr männer betroffen sind toxisch zu sein das ist tatsächlich statistisch so die statistik habe ich nicht gemacht aber es gibt natürlich auch frauen die toxisch sind aber auf der einfachen erklärung halber bleibe ich mal bei der männlichen form egal was ich erkläre dann wird es für dich auch offensichtlich aber manches ist ja auch schwierig zu erklären und dann kommt noch diese ganze ganze gender erklärerei dazu gehe davon aus ich habe weder was gegen man noch frau genau das ist nur formal war jedenfalls ist dieser toxische mensch wahnsinnig schnell gekränkt und du wirst selbst irgendwann merken dass du intuitiv versuchst es zu vermeiden weil du merkst das gibt nur ärger da sind wir auch bei punkt 3 ich habe das gerade schon angesprochen sie haben ganz ganz wenig mitgefühl also wenig empathie wenig mitgefühl kann auch sein dass es ganz fehlt also bei menschen wo das ganz stark ausgeprägt ist fehlt es völlig nicht jeder mensch der wenig mitgefühl hat ist schon toxisch das muss man auch so sehen es gibt auch viele andere formen die das so mit sich bringen aber wenn diese menschen trotzdem ein soziales verhalten haben was eben grundsätzlich für alle positiv ausgelegt ist sind sie halt noch nicht toxisch aber dieser punkt ist bei diesen menschen auf jeden fall immer dann auch da ohne dem kein toxischer mensch und zwar merkst du das auch daran dass sie über deine gefühle hinweg gehen also sie fragen dich eigentlich faktisch nie wie geht es dir wenn sie wissen dass es dir nicht gut geht oder gut ging dann drehen sie das so dass du relativ wenig dazu sagst also oder sie geben dir ratschläge dann stehen sie wieder im vordergrund dann musst du wieder aufmerksamkeit aufbringen ihnen gegenüber und sie sind halt fein raus sie profitieren dann einfach von dir indem du jetzt wieder zuhörst vielleicht in der hoffnung dass dir auch mal zugehört wird das geht natürlich dann auch so weit dass das was sie mit dem machen sich nicht hinein fühlen dass dir das weh tut oder dass das für dich sehr belastend sein könnte das können sie einfach nicht nachvollziehen weil sie würden sich das wahrscheinlich gar nicht gefallen lassen und insofern können sie sich auch gar nicht in dich hineinversetzen und bitte versuch du auch nicht die ich in diese menschen hinein zu versetzen das macht dich nicht nur ganz kirre im kopf das kann dich auch krank machen weil das sind ganz kranke gehirn strukturen die da teilweise hinter sind also die sind halt teilweise wirklich so richtig im gehirn auch verfestigt und wenn deine gehirn windung halt anders sind und du bist ein ein mensch der eben sozial ist und der diese veranlagung alle nicht hat dann wirst du das nicht nachvollziehen können das wird dich nur irre machen genau der nächste punkt ist der vollzieht sich im grunde genommen schon aus dem dritten das ist der vierte punkt sie reflektieren ganz schlecht also ihr eigenes verhalten zu reflektieren was sie eigentlich getan haben wie sich das auf andere auswirkt oder dass sie da vielleicht auch eine mitverantwortung für tragen das kommt mal so funkenweise in ihr bewusstsein manchmal kann man das hören dass sie sich ja oft selbst auch als böse bezeichnen oder als egozentrisch oder aber sie bügeln das ja sofort auch wieder über was sie für alle anderen tun ich kann immer nur sagen prüft das mal stimmt das nämlich nicht das ist die einfach die unfähigkeit das zu reflektieren wenn du ihnen mal so wisse situationen aufzählst die ihr miteinander erlebt habt und du sagst guck mal da habe ich mich so und so gefühlt und da hast du dich so und so verhalten da sind wir auch schon wieder im kritikbereich sie können das einfach nicht richtig reflektieren denn und da sind wir bei punkt 5 sie haben auch eine verzerrte wahrnehmung das heißt wenn sie sich daran erinnern was gewesen ist dann sehen sie das ganz anders als du und sie erinnern sich wahrscheinlich auch nicht mehr an die ganze wahrheit das heißt die basteln sich so ein bisschen die erinnerung wie sie wollen vergessen auch relativ schnell dinge die dir vielleicht wichtig sind und erinnern sich so wie sie denken dass sie es gewesen ist oder mehr wie sie es gefühlt haben speichern das so im gehirn auch ab das heißt sie haben eine verzerrte wahrnehmung von der wirklichkeit oder auch im nachhinein haben sie das gefühl du wärst diejenige gewesen oder derjenige gewesen der angefangen hat zu brüllen dass sie dich aber erst wer weiß wie lange provoziert haben bis du da irgendwann hingekommen bist das erinnern sie vielleicht unter umständen nicht mal mehr richtig also das auch kann es sein dass sie vielleicht vor dir plötzlich in einer gewissen situation so was wie ich will nicht sagen angst bekommen angst haben diese menschen meistens eher nicht aber das ist so was leicht paranoides damit reinkommt und sie dir unterstellen du hättest vielleicht eine böse absicht gehabt oder so weil einfach die wahrnehmung total verzehrt ist normal mit einem menschen der gesund ist könntest du ja jetzt darüber reden und könntest sagen was hast du den gefühlt und erzähl mal und so war das bei mir und man könnte diese missverständnisse ausräumen das kannst du bei diesen menschen aber nicht die hören dir ja erstens nicht zu zweitens können sie dich nicht nachvollziehen sie reflektieren es nicht und haben eine falsche wahrnehmung von dem was passiert ist also vergiss es daran erkennt man auch häufig in toxischen menschen dass das nämlich alles gar nicht geht mit einem gesunden menschen geht das und der kann auch entschuldigung sagen aber weil eben dieser mensch nicht reflektieren kann wirst du von diesem menschen wahrscheinlich auch nie eine ehrliche entschuldigung hören und da sind wir auch bei punkt 6 sie messen mit zweierlei maß und zwar aufgrund dessen dass sie eine ganz andere wahrnehmung der situation haben und ihre welt wirklich so ganz besonders ist jeder mensch hat natürlich eine ganz eigene innere wahrnehmung mit der seine welt wahrnimmt das ist natürlich war darauf berufen sie sich auch gern aber ihre welt ist halt noch mal ganz besonders das fällt einem irgendwann auch auf dass bei diesen menschen irgendwas komisch ist das heißt sie übertreiben viele dinge auch und man merkt irgendwie das was die da jetzt so eingeschätzt haben dass das stimmt so am rand aber irgendwie ist das ja die verzerrte wahrnehmung du spürst es irgendwie intuitiv meistens sind sie ja trotzdem sehr charmant und redegewandt und da musst du irgendwie auch gucken dass du denen da nicht auf den leim gehst und das zweier dieses mit zweierlei maß messen merkst du auch daran wenn es jetzt darum geht dass er etwas tut was du auch tust dann ist das noch lange nicht das gleiche na also wenn andere etwas tun was dieser mensch tut dann bedeutet das lange noch nicht dass die anderen das dürfen na also das gilt nur für diese person diese person die toxische person setzt regeln setzt maßstäbe und daran müssen sich alle halten also ich glaube ja sowieso nicht an irgendeine form der gerechtigkeit weil ich glaube jeder hat halt auch so seine eigene sicht und dennoch gibt es etwas was so was wie ausgleich ein gefühl für ausgleich im zwischenmenschlichen das gibt es und daran kann man auch sich normalerweise in gesunden verbindungen auch halten das geht hier nicht weil hier wird mit zweierlei maß gemessen und vielleicht gelten gelten auch nächste woche ganz andere regeln ja also dieser mensch lässt sich nächste woche vielleicht was ganz anderes einfallen oder spätestens nächsten monat er hält sich einfach gar nicht an die abmachung also seine regeln sein maß deins nicht das ist punkt 6 so da sind wir bei punkt 7 und der geht auch wieder daraus hervor sie nehmen keine rücksicht aufgrund all dessen kannst du dir vielleicht jetzt schon vorstellen dass sie gar keine rücksicht auf dich nehmen können weil sie sehen dich ja gar nicht und sie fühlen dich nicht und sie können auch nicht wirklich einschätzen was passiert ist in den situationen mit euch und deswegen sie machen was sie wollen das habe ich vorhin erwähnt auch mit dem zweierlei maß und den selbsternannten regeln sie bestimmen und da kommst du nicht drin vor mit deinen bedürfnissen also nochmal ganz klar wenn du dir wünschst dass dieser mensch mit dem mitgefühl hat und rücksicht auf dich nimmt das geht nicht der kann keine rücksicht auf dich nehmen dieser mensch wird einfach machen was er will genau und da sind wir dann auch wieder bei punkt 8 sie benutzen andere menschen das leitet sich jetzt schon eigentlich aus den anderen punkten hervor weil ihnen ja eigentlich diese soziale feinfühlige interaktion völlig fehlt und sie nur ihren eigenen vorteil sehen benutzen sie menschen wie sie sie brauchen das kann schon mal sein dass dann du was für sie machen sollst du erhoffst dir dass du davon irgendwas zurück bekommst und sei es zuwendung dankbarkeit aufmerksamkeit oder vielleicht bist du auch in einer partnerschaft oder strebst eine an mit so einem menschen du hoffst vielleicht dass er sich ändert darauf wirst du lange warten können das wird nicht geschehen dieser mensch wird sich nicht ändern aus den anderen punkten die ich vorhin benannt habe die wären nötig um sich zu reflektieren um zu erkennen dass man sich ändern will und dann auch wirklich sich zu ändern einmal für sich selbst und aber eben auch für den anderen das ist nicht möglich das heißt sie sie benutzen ihre menschen so wie sie sie gerade brauchen und wenn sie ausgenutzt sind das heißt ausgebrannt dann werden sie einfach ausgetauscht dann kommt ein neuer mensch und dann legen sie wieder voll los und in einer partnerschaft wird dieser mann dir dann auch erzählen oder diese frau dass du die große liebe bist und wird dich flashen diese geschichten kennst du wahrscheinlich schon auch aus anderen berichten von narzissten histrioniker machen das auch ganz gerne ein kleines bisschen anders aber so ähnlich aber wie gesagt das ist alles nur erzählerei das ist dann wieder der hahn auf dem mist oder der v der sich breit macht nur was wir bei punkt 1 hatten aber das gilt dir nicht wirklich es gilt nur dem eigenen nutzen dann kommen wir zu punkt 10 das ist eine mangelnde frustrations toleranz das heißt sie tun zwar so als wären sie wahnsinnig geduldig sind sie aber nicht also weil wenn es darum geht dir zuzuhören oder mit dir gemeinschaftlich was zu finden was euch beiden gut tut dann wird dieser toxische mensch immer sehr schnell ausbrechen und wird vielleicht wütend oder dem wird langweilig und er muss sich ablenken und das selbst wenn er eine weile sich geduldig zeigt für etwas dann hast du das sitz situativ auf eine kleine situation hin aber dieser mensch kann nicht wirklich eine lange linie durchhalten sei denn er hat wirklich große ziele vielleicht auch finanzielle ziele dir anstrebt dann macht er das aber für sich er macht das nicht für dich und auch da bricht er immer wieder aus in frustration in wut ja viele menschen in diesem zusammenhang haben halt auch ein alkoholproblem oder ein anderes suchtproblem ich habe das hier nicht als punkt dazu gezählt weil ich denke das sind so kleine hinweise am rand die aber nicht unbedingt immer für einen toxischen menschen sprechen aber eben die frustrate mangelnde frustrations toleranz die niedrige frustrationsschwelle die ist typisch so dann kommen wir zum letzten punkt das ist der elfte punkt und zwar sprechen sie gerne in double binds oder in widersprüchlichen handlungen also die wie ihren worten widersprechen double binds bedeutet also ich tue das eine und sage das andere oder ich schaue so aus als ob ich eine aussage mache aber in wirklichkeit sage ich etwas ganz anderes oder ich fange einen satz an der mit einer aussage anfängt und am ende der aussage sich widerspricht oder spätestens im nächsten satz widerspricht andere situation man erzählt sehr viel was dieser mensch alles möchte mit dir und für dich tun wird aber wenn es dann soweit ist findet das alles niemals statt daran kannst du das messen das sind so widersprüchlichkeiten die aber häufig schon ganz am anfang erkennbar sind in double binds die die person äußert also double bind sind eben nochmal wie gesagt es eben das eine sagen und das andere mit dem gesicht ausdrücken oder zwei botschaften sprachlich in einem satz oder geschrieben in einem satz daran erkennst du ein double bind das spricht immer dafür dass dieser mensch in sich selbst tief tief gespalten ist und keine klare linie so fahren kann wie du dir das auf der gefühlsebene vielleicht erhofft hast gut wenn du also nun geprüft hast und sagst fünf von diesen merkmalen trifft jetzt treffen jetzt auf diese person zu dann ist mein rat so tier für dich ob du der meinung bist dass du das ertragen willst auf dauer was kostet dich das im moment und sonst gehe auf abstand zumindest bei einer partnerschaft solltest du genau schauen wenn du dich wenn du nicht ähnlich veranlagt bist wird dich das wahrscheinlich auslaugen und sehr belasten das ist es am ende dann nicht wert wenn du selber so veranlagt bist dann kann das für dich ja vielleicht auch das richtige sein wenn du aber genau das gegenteil davon bist dann ist das für dich toxisch und dann solltest du das für dich gut überlegen ob sich diese investition lohnt oder ob du dich nicht viel mehr um dich kümmerst und guckst warum hast du diesen menschen angezogen was versuchst du zu kompensieren was in deiner kindheit ist vielleicht ähnlich gelaufen ich bin auch in einem anderen video ja schon darauf eingegangen innere kindarbeit ist da wichtig innere blockaden lösen ich bin dir auch gerne dabei behilflich du kannst gerne mal auf meine website schauen vielleicht sagt dir das zu wir könnten daran arbeiten wenn du innerlich dafür offen bist dafür können wir immer mal ein kurzes kostenloses unverbindliche strategie gespräch führen um zu sehen ob das zwischen uns passt da bin ich dann auch immer ganz ehrlich wenn ich das gefühl habe ich kann dir nicht helfen vielleicht findest du auch anderweitig was auf meiner seite ich biete immer wieder auch mal ein paar kostenlose tipps an demnächst auch webinare ich würde mich über einen like freuen wenn dir das video gefallen hat vielleicht magst du es auch jemanden senden der oder die es gebrauchen kann oder vielleicht magst du meinen kanal abonnieren und die klingel daneben damit du immer auch bescheid bekommst wenn ich wieder ein neues video hochgeladen habe bis dahin würde ich mich freuen wenn wir uns wiedersehen deine nicole bis dahin würde es dir mit ihm bis dahin würde ich mich an denne bis dahin würde ich mich recht